ARD Text im Auftrag von Funk Eskalation! Oh, das ist ausgerenkt! Alles los! Buh, blöder Fettkauf! Jaaaaaaah! Nächster Regen! So viel Message Acting hätte ich ja gar nicht, aber das ist nicht Message Acting, das ist Crystal Message Acting! Morgen habe ich Krebs im Gesicht, toll! Du hast den Bartfall! Bartfall! Das wäre cool, dass wir im Spahn sind! Jetzt lass uns auf, Leute! Dreh dich an! Ja, mach! Hattest du auch Franzbier, oder? Ja, wir haben ja keine Werbung für Bier, aber hey! Merkt euch diese Sorte! Ihr Fucker! Ne! Oh, mein schöner Franzfilz! Franzfilz! Leute! Der Terminator! Oh, Scheiße! Bist du von der Kaste und die Stein? Und das bleibt wie der Kaste und die Stein? Nehmst du auf? Ja, eben! Das erinnert mich an! Aaaaaah! Genau so hat Carlos Becken auch geknirscht danach! Das Stuhl ist moll! Oh, Scheiße! Ich glaube, ich muss einen anderen Stuhl holen! Bist du sicher? Ne, da ist doch Pop! Hahaha! Haha! Ich eyste dich raus! Hahahahahaha! Haha! Was war da? Was war da? Was war da? Was war da? Das ist wieder wie diese steile Eiszücken aus Game of Thrones. Was war das? Ich bin Doktor Gonzo hoch 5. Ah, ich spieße dich auf. Pralles Filz. Das ist Punk, Herr Sattel. Das hat gar nichts gemacht. Das ging nach innen los. Wir haben den ersten Verletzten hier gerade. Das ging nach innen los. Im Bauchen, was soll ich denn der saugen? Der Hund macht hier Sachen. Du bist schon witzig. Okay, die nächste Bombe her. Das ist ein Filmemacher. Das ist ein Filmemacher, ja. Riech. 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 In den Hals. Das war Diebfrut. Diebfrut. Diebhals. Die für Früchte, halt. Diebfrut. Ich hab den Punkt verstanden. Karkus. Der beste Scout ist immer noch der... der BAMM. Schlampe, was? Kein, ist ja nicht mein Profil. Ach fui. Brainerd 2.5, 2,5 kann es auch sein, von der Promilleanzahl. Das knackst du und er hat auch so ein richtig... Oh ne, nicht oben! Ah ja, ne, passt. Sehr schön, von der Seite, Dankeschön. Ich mach dem nächsten Post ein Foto von mir, schick ich Carla. Auf Briefmarke gedruckt. Das kann sich... Ist schon... Kleben, wenn sie will. Was hat da knackst du? Wie Heinrichs Sperma. Ach fui, das ist eklig. Ah! Ah! Misty Elliott. Nein! Ja, ganz kurz. Das wollte ich dich fragen. Ist die jetzt schon so schwer, kann die überhaupt noch fliegen? In jedem Scheiß-Video fliegt die Tante in der Luft rum. Da brauchst du aber... Fünf Kräne, oder? Es gibt doch keine Brennweite für die... Da mein ich ja, da brauchst du fünf Kräne für. Ja, oder Kräne. Wir wollen die im Video drehen, das ist ja dann ultra mega, super widescreen. IMAX, stimmt! Ja! Das geht aber nicht nach oben, das geht die Breite. Eine Arschbacke, brauche ein IMAX. Was hältst du eigentlich von Heinrich? Wir haben ihn einmal ge... Ist ein schöner Name. Aber kein schöner Mann. Der Mann, auf den du geschossen hast, der ist tot. Der ist scheiß tot! Wer ist tot? Wer? Krass! Der hängt an der Leine. Oh, ich weiß nicht, was ist das? Meine Zufall ist gekauft! Katastrophe! AHHHHH! Alter, F***! Alter, F***! Alter, F***! Alter, F***! Hahahaha! Hahahaha! Ich war nur noch auf Kante! Scheiße, oder? Haukt nur noch auf Kante! Ja, wenn ich dachte, ich bin zu schwer! F***! Dann bist du... Äh, Sigelov mit Bierhut. Bierhut! Oh F***! Oh, F***! Halbklaze. Wie geil! Sehr attraktiv! Oh scheiße! Was ist da los? Du staubst wie eine alte Puppe. Puppa. Mach ich Schnute. Ich schiff dich nass. Aber nein, das Bier ist zu gut. Brüsterchen! Brüsterchen! So, die Dinger gehen ja gar nicht. Oh, wow! Oh, fuck! Eins, zwei... Ja, f***! Nicht schocken! Nicht schocken! Aua! Das ist doch mein Scheel an Grau nach oben. Mann, Mann! Komm her! Komm raus! Aus dem Haus! Bring dein Stuhl weg! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Das Ding steht ja auch! Das ist für Sinn! Oh, das schöne Telefon, alles am Arsch. Kala! Kala, ich komme! Durch den Stuhl! Ich komme durch den Stuhl! Ich komme durch den Stuhl! Ich habe keinen Stuhl mehr, äh, keinen Wein mehr! Hä? Das ist schügelchen am Arsch! Was ist denn hier los? Boah! Also, das war... Boah! Boah! War Mehl! War Mehl, oder? Ja, war Mehl! Mehl? Oder... Ja! Ja! Stimmt! Der hat ja... Der hat ja... Sag's! Sag's! Weil ich glaube, du war... Der verarscht uns! Der verarscht uns! Lass den Bamm in Ruhe! Ah! Ich verarsch euch! Du hast deinen Bamm in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ey, 那 ich habe die Knarre! Uhhhh! Mach die Knarre! Nej, mach die Knarre weg! Ha, ha, ha! Mach die Knarre weg! Was? Ich mache dich gegen ihn! Nein nein nein! Wenn du alles um... Auf dich... Mach die Knarre weg! So nein noch mal... Erzähl weiter... so Ich komme nur nach... Er hockt nur noch auf Kante und ich dachte, ich bin zu schwer. So, jetzt Achtung! Falsen für den Arsch! Oh, jetzt reicht, jetzt reicht! Kennt ihr den? Ich mache eine Bäckerei auf, als Mehlgibsen. Ist das noch an? Ja! Stinker nenne ich dich nachher! Das ist ein kranker Schatz! Ich tue dich nicht beneiden, aber das was hier kommt, das ist neu! Au, au, scheiße! Nein! Jetzt macht es ein 70er-Porn raus, guck! Oh, ja! Oh, ja! Bam, bam! Bam, bam! Oh, nee! Bam, bam! Ich springe zurück. Was ist geschehen? Ist der Fuß weggeknallt? Nee! Oh, mein schöner Brandsfilz! Brandsfilz! Ich bin der Terminator! Oh, scheiße! Es ist eskaliert! Ich krieg Bäckerlunge! Das ist meskaliert! Meskaliert! Beigabe! Das war's! Das war's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017